What the fuuuuck? Au! Zack! Mann, jetzt reicht's aber auch! Als ob mich so eine kleine, blöde Metallstange aufhalten würde! Wer ist die Nächste? Du, also! Oh, Doppelkill! Ich kann noch welche holen! Fuck, wie viele sind das denn? Jetzt kommt der Megaschrei auf Doom des Todes der Zerstörung! Baby, 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 wuhuuu! Hehehehe! Hi Bloody Mary! Wollen wir spielen? Hehehehe! 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 Come schon! Such! BOOM–BOOM–BOOMokee Mary! Boom-Boom-Boom- IRS!!! Bloody beauty smelt! Bloody Mary- Bloody MaryStop! Bloody MaryE Москвy- Mann, wie hat er sich so schnell ausgezogen? Ich bin ganz nackig schon. Hallo, krummer Mann. Es ist schon ein bisschen gruselig. Kann es bitte weitergehen? Denn es macht mir Angst. Danke. Also gut. Ah, okay, das ist ein guter. Ich bin ganz nackig. Ich bin ganz nackig. Bevor du mit mir machst, dachte ich, dass ich ein paar Sachen erzähle. Snow White möchte, dass du mich zurück in die Wutlands gebracht hast, oder? Und das ist das, was ich möchte. Snow ist nicht hier. Du bist mit mir jetzt. Ich bin ganz nackig. Das ist wahr. Aber ich würde sagen, dass du dein neuen Boss zu defieren. At least für das Zeitpunkt. Du bist wieder zurückgezogen. Du bist wieder zurückgezogen. Du bist wieder zurückgezogen. Du bist ein bisschen, was ich zu sagen. Du bist wieder zurückgezogen. Du bist so schön. Ja, ein Versuch. Können wir zumindest auf das? Ich werde ein Versuch. Sind wir klar? Du musst mir sagen, jetzt. Wir gehen nicht hin bis ich ein paar Antworten von dir. Wenn du willst Antworten, du musst mit mir cooperateieren. Schau, es gibt keinen Grund für uns hier zu sein. Das ist lustig. Ich komme aus einem Mann, die eine Schlange an mir. Das ist nur eine Vorstellung. Ich bin sicher, dass du verstehst. Ich bin kein Mörderer, Mr. Wolf. Ich habe keine Frauen zu töten. Und ich denke, dass du das wissen. Alles, was ich für dich ist, ist eine Chance, zu erklären meine Seite der Geschichte. Wenn du nicht ein Mörder bist, dann was du? Ich bin ein Geschäftsführer, nicht ein Mörder. Es gibt noch viel, was du für die Antworten musst. Und ich werde. So lange, wie du mit meinen Worten agreest. Weil ich nicht eine andere Worten sage, bis ich mich vor der Gemeinschaft gebracht habe. Ich will nicht sagen, dass du den Punkt entspricht. Aber es ist einfach so klar. Wenn du dein Geist, wenn du dein Geist, und du etwas schiefst, wirst du etwas schiefst, dann wirst du deine Antworten. Aber du hast eine schwierige Zeit, um dich zu erklären, zu Frau White, und den resten dieser schwersten Stadt. Du bist oft schiefst. Und ich schrecklich, dass du nicht über das Gefühl hast. Ich muss dir eine honest Frage stellen. Was du wirklich interessierst hier? Wo diese Situation beschäftigt, ich denke. Du willst wirklich die Wahrheit? Oder du willst nur den Hero? Weil das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das geht um die Justizität. Ich bin der Sheriff. Ich muss was richtig machen. Zwei Menschen wurden getötet. Und du bist, wer hat das gemacht? Georgie. Er ist tot, oder? Nein. Mein Punkt ist, der Körner hat sich mitgebracht. Du hast gewonnen. Du denkst wirklich, ich bin so dumm? Ich verstehe, du hast eine Obligation, mich in zu bringen. Aber du kannst ein bisschen aufbauen. So. 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 Nein, das ist mir zu gefährlich, um zu bleiben. Ja, verdammt! Das ist es für dich. Du? Du hast genug gesagt. Er ist viel zu gefährlich, als dass er am Leben bleiben dürfte. Er könnte die Leute noch unter Kontrolle bringen, während er vor Gericht steht. Wenn ich jemals wieder rauskomme, kriege ich die alle auf den Mauer, wenn ihr mir nicht helft und sowas. Nee, nee, nee. Diese Scheiße mache ich nicht, Alter. Kannst du noch mich hassen. Außerdem kann ich auch eine Geschichte erfinden. Was hast du gemacht? Das habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, dass ich ihn wieder zurückgebracht habe. Du hast ihn wirklich verletzt. Was hast du gemacht? Er ist alles... Du hast das mit ihm gemacht? Warum? Es ist vorbei. Der Schöne Mann ist tot. Keine Scheiße. Ich dachte, dass ich ihn weggebracht habe. Das ist das... Das ist schrecklich. Nein, das ist nicht. Was ist das? Was ist passiert? Sag mir. Sag mir warum du das machst. Ich glaube, es ist ziemlich klar. Der Schöne Mann hat ihn weggebracht. In diesem Fall... Du kannst nicht mehr so machen. Du kannst nicht mehr so machen. Vielleicht ist es nicht die Justiz. Du denkst? Dann was ist es? Was hast du mit seiner Sache gemacht? Er hat die richtige Sache gemacht. Wenn dieser Schöne Mann hat Lillie... Und Faye. Wie können wir sicherlich sein? Das ist das? Oh, ohne eine Analyse... Was haben wir? Wir haben niemals etwas konkretes. Das ist das, warum wir ihn hier brauchten. Du sagst mir, dass der Schöne Mann immer noch da sein kann? Warum nicht du ihn dann? Der Schöne Mann war der Hauptsäte. Aber ohne seine Testimität, wir haben nichts. Der Schöne Mann hat ihre Geist. Er ist hinter ihm. Er hat ihn. Dann, wer die Scheiße hat ihn gemacht? Georgie hat ihn gemacht. Georgie? Wo ist Georgie jetzt? Wenn wir ihn in für Fragen... Oh, Scheiße! Er hat ihn. Ihr Job ist, um die Fable-Town zu安全 zu halten. Als Sie, wenn Sie wieder in die Position machen können, um die Menschen zu treffen, wir verraten die Verstattung dieser Gemeinde. Und Sie zu töten, auf der eigenen Ordnung, ohne meine... ohne Ausnahme. Das macht uns als... Wie können Sie das tun? Wie können Sie das tun? Es ist nur ein Ding nach dem anderen. Look, I'm glad he's fucking dead. But like this? What does it really matter? He could do this to any of us. I solved this case. The Crooked Man gave the order, Georgie carried it out, and I took care of both of them. I made myself very clear. This is not okay. Snow's right. This is disgusting. Oh, it's much worse than that. What? Are you guys buddy-buddy with the Crooked Man all of a sudden? What the fuck is wrong with you? Grand. Everyone! That's enough! Bigby, I can't protect you without the support of this community. The minute you kill another suspect, or rip out someone's throat in a back alley, I won't be able to stop them from calling for your resignation. And yours. If that happens, I can't defend you. Do you understand? Okay, Snow. I get it. Do you? Listen. Maybe you were right this time about the Crooked Man, but what happens when you're wrong? The second you make a mistake about someone... I won't watch you become a murderer. I think it's too late for that. I'm not a murderer. Good. So how do you explain that? That's not... Bigby, don't. Having some personnel issues, Miss White? Can't control your mutt. Bluebeard, this is hardly the time. Looks like as long as the wolf thinks you're guilty, he has free reign to murder you in your sleep. No, that's not how... What we can expect from now on? Yeah, you make one mistake and Bigby's gonna rip your head off? Hey, that's not fair. Eh, I'll just bat you around for a while. Make sure you get thoroughly fucked up. That's not going to happen. Or just beat us to death. Are we even protected anymore? If we're throwing out the charter... We're not throwing out the charter. Don't be ridiculous, Beast. I'm not about to... You think I'm being ridiculous? We all know what you're capable of. You nearly gouged my eyes out. Beast, please, the sheriff isn't going to... You see? The wolf does whatever the hell he wants, and the princess is no better. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment, and then for no earthly reason, she wanted my tree destroyed. What? Why would you do that? She was helping people glamour themselves as other favorites. We couldn't let that continue. I can't say I'm fucking surprised. I am. Snow, how could you do that? You tried to ruin my life for no reason and... Don't blame Snow, she had her reasons. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. That's why Snow wanted your tree burned. That's not why. You can pretend it's about law and order, but it's time you stopped lying to yourself. You wanted to get back at me for what Crane did. But that doesn't justify it. You both just act out of your own selfish desires. It doesn't matter what's right. At this point, I'd rather have Crane. You don't mean that. At least Crane didn't kick the shit out of everybody. Or destroy what's ours. He also earned the position. Don't start. He left us alone. Things will only get worse now. What the hell is wrong with you? You fucked up your own lives. Dealing with criminals. Making your own bad fucking choices. And now you want to blame us for your screwed up situation. I've been trying to fix the mess you made. How dare you? Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Bigby's right. You people don't know what the fuck you're talking about. Do you seriously think you want Crane back? He was an asshole. And he didn't do shit for any of you. Snow and Bigby found my sister. When Crane wouldn't even look. Yeah, but they only came around when they thought it was Snow White who ate it. No, they cared about Lily. They care about all of us. Even if they've got a funny way of showing it sometimes. Thank you, Holly. Oh, come on, Holly. Maybe Snow gives a fuck. But Bigby, I mean, this, I get. But I didn't do shit wrong. And I got tossed around your fucking bar. That was different, Gren. Well, I haven't done anything for me. Crooked Man screwed me over. And then this asshole just came by to make it worse. Everyone, please, just come back to me. I don't like to be heard. Are you afraid of what we have to say? This isn't helping. I'm not finished. Like we give a shit. Huh? Don't. Please, do not blame the sheriff for his outburst. It isn't Bigby's fault. He can't control his nature. Frankly, I wouldn't dare ask him to try. But with a sheriff so impulsive, shouldn't the new deputy mayor have at least some command over her office? Bluebeard? Are either of them fit to run this town? Can I say something? Excuse me? Nerissa. Who the hell is she? My name is Nerissa. Well, Nerissa, please step aside. Let her speak, Bluebeard. But let her speak. I haven't been able to speak my mind for a long time. We were prisoners at that club. We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days. But you know that's not true. Because of the sheriff and Snow, I can finally talk about what happened to me. To all of us. We're free now. And I think that should count for something. Thank you, Nerissa. She's right. We haven't been there for you in the past. And I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town. And we're trying to make things right. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too. It's going to take some time to clean up Crane's mess. But he's gone now. The crooked man is dead. The killer has been found. And you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. While that's all very touching, is it enough? I'm still not convinced Miss White has what it takes to control the sheriff. Or run this town. I am. We haven't really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can do on their own. I trust Snow to do right by us. Bigby too. I think they've had enough chances. Things are finally changing around here. Maybe you don't feel it. But I do. Bigby and Snow are good for Fable Town. She's right. Now the things have settled down. I'm sure they can do better. And we will. Aye, 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 aye. Right, Sheriff? Of course we will. We're not like Crane. We'll look out for you. We'll see. You see that? It's finally over. Good riddance at least. This won't end well. Shit. It's over now. Thanks, sir. We'll see you next time. Let's have a paran守ed. Bye. Go to the lake. The lake. Let's see you next time. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020